So, herzlich willkommen zu ShishaCast Episode 48 und wie immer bin ich nicht alleine, sondern hab den lieben Marvin mit dabei. Hallo, guten Tag, aber heute nicht nur ich dabei, wir haben in der letzten Folge gesagt, wir müssen mal mehr Gäste einladen und genau das haben wir heute auch gemacht und unser erster Gast, den wir eingeladen haben, ist der Eugen von YouTube Echo. Grüße. Ich grüße euch auch, freut mich, dass ich dabei sein darf, also freut mich auch, viele Sachen euch zu erzählen. Freut mich. Und viele Sachen erzählen, ich glaube, du kannst einiges aus dem Nähkästchen plaudern, aber bevor wir richtig einsteigen, einmal kurz Setups. Setups, vorher sei noch gesagt, der ShishaCast, also Werbung, der ShishaCast ist unterstützt von Mose und da möchte ich natürlich auch direkt überleiten auf mein Setup. Ich habe mir die Mose Priest Pro rausgelassen, darunter die Floet Azura, Caesar Ball, finde ich einen sehr, sehr schönen Match mit der Priest Pro. Oben drauf habe ich die Busco Rimsia Killer Ball am Start und gebaut habe ich mir den Shock Anans von Blackburn zusammen mit Mast H. Da haben wir den Coco Tream. Oben drauf eine Kranie, drei Zauberwürfel C26 am Start und ich glaube, Marv kann da direkt weitermachen. Die C26? Äh, C26, natürlich. Das ist einfach so eine Gewohnheitssache. Ich habe mir die Duscher Basic auf einer Standard Bowl geschnappt, oben drauf ist der Hookah Enix SWG Popo, da drauf ist der Onmo HMD und ich habe den Mast H Blary drin. Puh, Eugen, du hast dir die Alpha Hookah Model X Stratos geschnappt mit der Drop Spikes Black Cesar, da drauf den Vosco Rimsia Mumia Onmo HMD und Tabak. Ja, ich warte noch auf ein Guess. Achso, da war gerade ein Challenge auf spontan. Also ich muss sagen, sehr schwierig, also mich sehr schwierig zu erraten. Der letzte Kopf war leichter zu erraten, diese ist sehr schwierig zu erraten, also ich traue mich nicht zu, also wirklich, also ich schmecke nur ein Shock raus, tendiere zu Shock, Kuran Shock. Ne, wir haben Shock Anans immer drin. Shock Anans, ja. Von Blackburn natürlich, ja. Ähm, und die anderen schmecke ich nicht. Komm, dann löst du uns, Alex, was ist drin? Ja, dann haben wir noch den Papai Dinner drin, von Blackburn. Das glaubst du, ja, nicht. Das war so ein kleines Gäbelchen vom, ähm, Plurry. Ah ja, aber eine Gabel, hättest du gesagt, du würdest das erraten? Ne, den Plurry nicht, aber ich dachte, Papai Dinner kommt da drauf. Na gut, aber mal abgesehen vom Tabak erraten, wie gesagt, wir haben heute den Eugen dabei. Der Eugen ist einer von vier Geschäftsführern von der New GmbH. Genau. Um die Tabak-Sparte kümmern sich zwei. Die andere Sparte wirst du uns bestimmt gleich noch erzählen, worum es da geht. Ihr habt mittlerweile sechs verschiedene Brands. Ja. Ihr habt Dosai, Fumelo, Sebero, ihr habt Blackburn, Nasch und... Brusco. Brusco. Brusco fehlt noch. Also sechs Marken mittlerweile am Start, mit wie vielen Sorten insgesamt? Mit 67 Sorten. 67 Sorten. Und seit wann macht ihr Tabak? Also wir haben angefangen und beziehungsweise diese zweite Branche, weil ursprünglich ist der New GmbH ein Logistikunternehmen. Das weiß glaube ich auch keiner, oder? Ne, das war mir auch nicht. Ja, ich wusste auch nicht. Also wir sind in der Logistik ungefähr seit 15 Jahren tätig. 15? Ja. Und ja, also kurz zu meiner Person. Erstmal die eine Frage, seit wann macht ihr Tabak? Also wir machen seit Ende 2021. Das heißt, im Jahr 2022 und das, was wir bis jetzt von Jahr 2023 haben, hast du sechs Marken aus verschiedenen Ländern nach Deutschland gebracht und insgesamt 67 Sorten. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also Geschichte ist ja sehr lustig und sehr interessant. Ich bin selber, ich komme ursprünglich aus Lätland und unsere alle Jungs, die kommen ursprünglich aus Ländland, also wir sind dort geboren und sprechen auch alle Russisch. Ich bin 99, bin ich mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen, allein. Zum Studieren. Also ich habe studiert, ich bin Diplominformatiker. Natürlich, man studiert Informatik, dann Logistik und dann die logische nächste Entscheidung. Und bei mir war es so, dass ich habe auch studiert, bin auch Diplominformatiker, wie gesagt, keinen einzigen Tag gearbeitet. Als Diplominformatiker habe ich mich dann, ich bin per Zufall ins Logistik gekommen, habe mich da auch selbstständig gemeldet, sehr lange Zeit mit Logistik mich beschäftigt und seit 21, Ende 21 haben wir entschlossen. Wir brauchen ein zweites Standbein und ja, also wir auch wahrscheinlich viele in dieser Branche sind wir auch aus Leidenschaft zu diesem Thema gekommen. Ich rauche natürlich, denke ich, nicht so lange wie ihr. Wann, seit wann rauchst du denn? Also ich denke so. Oder wann hast du deine erste Pfeife geraucht? Also die erste Pfeife war vor 20 Jahren. Okay, das ist lange wie das. Und ich muss sagen, das war ein grausamer Kopf. Also das war einfach. Die Frage ist, wie viele Menschen gibt es, wo der erste Kopf wirklich gut war? Ich glaube, die meisten, also mittlerweile gut, vielleicht haben einige dann Freude, die schon gute Köpfe bauen, wo man dann zum ersten Mal probiert hat. Ich glaube auch bei mir haben bestimmt mal Leute zum ersten Mal Shisha probiert und dann einen hoffentlich guten Kopf bekommen. Aber so gefühlt 90 Prozent aller Shisha-Raucher war der erste Kopf einfach scheiße. Eigentlich ein Wunder, dass wir dabei geblieben sind. Gerade vor allem, wo wir halt so früh angefangen haben, weil damals konnte ja noch keiner wirklich Köpfe bauen. Selbst in Bars war das eher so ein Fifty-Fifty-Ding, würde ich jetzt mal behaupten. Und auch dann war das, also verglichen mit heute, weiß ich nicht, aber damals war es okay. Und der in Lettland war auch scheiße. Der war zum Wegschmeißen. Und dann hast du trotzdem weiter geraucht? Nein, tatsächlich, ich war eine sehr, sehr lange Zeit ein Zigarettenraucher und habe sehr viele Zigaretten geraucht. Aber jetzt gar nicht mehr? Jetzt gar nicht mehr. Und seit zehn Jahren rauche ich keine Zigaretten mehr. Auch von einem Tag auf den anderen aufgehört. Danach sehr, sehr lange Zeit bereut, dass ich überhaupt das gemacht habe, weil das war wirklich nur so Stress und Gewohnheitssache. Und also wie ich überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen bin oder beziehungsweise wie wir zu Entscheidungen gekommen sind. Ich war einmal in Dubai mit meiner Frau und wir waren in einem Hotel und da war so ein Chill-Lounge oder so und die alle haben geraucht, eine Pfeife geraucht. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, du hast doch früher mal probiert, hast du mir erzählt, komm, bestell dir eine. Ich habe bestellt. Also können wir eigentlich deiner Frau dankbar sein, dass es heute den ganzen Tabak gibt? Ja, 100 Pro. Also wie gesagt. Klicke ist Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Und die haben mich halt bestellt. Ich habe natürlich gehustet. Also irgendwo aufs Handy von meiner Frau gibt es noch ein Video, wo ich geraucht habe. Das brauchen wir. Also wirklich, wenn die, wenn die findet, ich wirklich, ich schicke es euch. Also wenn wir es bekommen, dann blenden wir es jetzt ein. Das war also wirklich, ich habe gehustet und dann fragte sie mich, ja, wie ist es? Ich sage, ja, das ist gut. Und das war wirklich, also das war auch, muss ich sagen, ganz klassisch. Also Traumbe-Minze, denke ich so, oder Wassermelonen-Minze. Also und da habe ich mal gemerkt, okay. Geht besser. Geht besser und ich kann mich trauen, das zu machen. Also in Deutschland dann, wenn ich zurück bin. Ich bin dann in Deutschland gekommen, ich kam einfach nicht dazu. Irgendwann mal, ein halbes Jahr hat sie mich auch geschenkt, mal in ihren Reisen zu irgendeinem Anlass oder so. Und da muss ich sagen, also wirklich, ich bekomme wieder ein Gänsehaut. Also dieses Kopf ist, ich meine, dem Master, dem muss man danken, dass ich wahrscheinlich auch das mache und meine Frau natürlich auch. Also deine Frau, der erste Impuls, aber der Huka-Master auf dem Malediven ist genauso schuld. Also wirklich, also der Kopf war und ich habe, ich kann auch sagen, ich habe, glaube ich, zwei Stunden lang geraucht. Der Geschmack war... Weißt du noch was? Ich glaube, Wassermelone, weil da war ich sehr, sehr Wassermelone fixiert. Ich wäre weggerannt. Stimmt, ja. Und das hat mich wirklich... Nach dieser Reise, ich bin am nächsten Tag, gleich wo ich zurückkam, weil ich in kurzes Werbung-Shisha wollte, habe alles gekauft, vier Schlauchpfeife, alle Setups, Bacha mit Toko. Also für damals ganz klassisches Einsteiger-Setup. Und ich habe, man muss auch gleich sagen, ich habe sofort den Darkside gekauft damals. Wann war das denn ungefähr, also zur zeitlichen Einordnung? Also ich denke, so Ende 20 oder so, weil ich war dann auch sechs Monate lang beim Experimentieren, ob es bei mir klappt oder nicht klappt. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe alle Köpfe zu Hause gehabt. Aber auch sportlich direkt mit einem Bacha, also mit einem Kamin-Kopf-Setup, dir einen Darkblend zu ziehen? Ich habe mir alles... Also ich habe alles... Und ich muss sagen, meine ersten Köpfe waren auch nicht perfekt. Also da gibt es eine sehr lustige Geschichte. Wir waren, alle vier von uns waren bei mir auf der Terrasse. Und ich habe zu den Jungen gesagt, oh, jetzt mache ich euch. Ich habe was Neues geholt. Schon groß angekündigt. Ja, Supernova, jetzt raucht sie mit Eis. Jetzt wird performen. Und dann gleich der Erste zieht gleich. Und dann kann er nicht werden. Das war einfach... Ihr habt Supernova im Kamin-Setup geraucht. Ja, also da war schon einiges... Hättest du doch nur mal ein bisschen was von Alex auf Insta angeguckt und so ein paar Video-Tutorials von mir, du. Ja, also wirklich, das war... Aber wir haben uns dann entschlossen, also weil bei uns war immer dieses Thema, zweites Standbein, wie wir das machen. Wir haben uns entschlossen, komm, wir machen das in diese Richtung. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir das machen. Und ich muss sagen, der erste Gedanke war Pfeifen und Accessoires. Dass wir hier einen Shop aufmachen, ob das jetzt online ist oder ein Laden, war uns jetzt erstmal keine große Gedanken. Aber wir haben gesagt, wir machen was mit Russisch. Und da war auch, muss ich sagen, also 21 war Corona. Und wir haben uns entschlossen, dass wir natürlich... Wo holen wir das? Wir holen das von Russland, also fahren wir zur Hooker Club Show. Und 2021 waren wir auf der Hooker Club Show. Kurze Geschichte, ich habe einen Mitarbeiter in Russland, in St. Petersburg, immer noch. Der sitzt auch heute noch in Russland. Der sitzt heute noch in Russland, arbeitet von Russland. Und der hat mir auch sogar die ganzen Assortimente zur Verfügung gestellt. Diese Pfeifen können wir importieren, diese, das ist jetzt gut, das kommt gut an. Und wir haben gesagt, ja okay, wir müssen auch kommen und halt mit denen reden. Wäre Pfeifenimport einfacher gewesen als Tabakimport? Ja, das braucht man gar nicht drüber reden. Wie viele Kopfschmerzen, die Verzweiflung. Das braucht man gar nicht drüber reden. Und wir haben gesagt, ja, weil unser Prinzip ist, wenn wir was machen, sollen wir exklusiv machen. Und exklusiv, was können wir anbieten? Tabak. Und wir sind gefahren, schon direkt mit Herstellern zu reden. Wir waren bei allen Herstellern. Also es war von Anfang an der Plan, sobald ihr auf der Hooker Club Show seid, ihr versucht Tabakhersteller. Genau, genau. Also wir waren, wir haben gesprochen mit fast allen. Also wir waren mit Daft, mit Element, mit Blackburn damals, mit Nasch. Wir haben mit sehr vielen Herstellern geredet. Und die ersten Jungs, die haben halt, die waren von vornherein bereit, mit uns zu okkupieren und war Nasch. Und Nasch ist der erste, deswegen Nasch ist der erste Brand, den wir halt reingebracht haben nach Deutschland. Und danach natürlich halt Blackburn und alle anderen. Zu, damit man die Leute verstehen, was New Tobacco ist. New Tobacco besteht aus drei großen Firmen. Der erste ist der New GmbH als erster Importeur. Also die Leute, die halt Ahnung haben hier in der Shisha-Branche, die sich auskennen mit Formalitäten. Die zweite ist die große Investorfirma, die heißt Melius GmbH. Die kommt aus München. Das heißt, für das ganze Unterfangen, so viel Tabak zu holen, habt ihr noch einen Investor gesucht? Genau, also mit Nasch könnten wir das selber finanzieren. Mit Blackburn haben wir gemerkt, da reicht das Kapital nicht. Wir brauchen Unterstützung, da haben wir Melius geholt. Das sind auch gute Freunde von uns. Die haben auch mehrere Geschäfte. Also die Shisha ist nur eine Sache, wo die Geld investieren. Das sind halt reine Investoren. Und seit Juni ist der dritte Partner, das ist Coco Loco. Die Jungs aus Coco Loco sind sehr, sehr erfahren in Sachen Import. Also die haben einen sehr, sehr großen Kundenkreis in Europa und auch außerhalb Europa. Und wir sind auch sehr, sehr gut. Wir stehen uns sehr, sehr gut mit denen. Und deswegen haben wir angefangen, nur mit Kohlen zu arbeiten mit denen. Aber danach haben wir uns gesagt, das funktioniert sehr gut. Wir können vielleicht ein gemeinsames Projekt bilden. Was sehr, sehr wichtig ist in unserer Politik. Also wir holen nicht einfach die Marken nach Deutschland. Wir haben zwei große Richtungen, was wir machen. Die erste Richtung ist unsere Lokomotive Blackburn. Also wir sind bereit für Blackburn und machen das jetzt auch, eine Mannschaft in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen Blackburn exklusiv distributieren. Also das bedeutet, wir kaufen und nicht einfach verkaufen. Also wir können für die auch viel, viel mehr anbieten. Also ihr kümmert euch um alles, was Blackburn in Deutschland angeht. Genau. Wir können die Regale zusammen designen, mit laden. Wir können viel, viel mehr anbieten als allen. Und die zweite Richtung ist Großhandel. Wir haben eine Palette von Produkten, die man bei uns kaufen kann. Unter anderem auch Sibero, Brusco etc. Wenn jemand bereit ist, so viel Geld, Mühe, Mannschaft aus Russland zu investieren, sind wir bereit zu reden. Aber Stand jetzt ist, dass wir ganz klar diese zwei Richtungen definieren. Wir setzen uns sehr, sehr aktiv mit Blackburn und vertreiben sehr, sehr viel aktiv Blackburn. Das ist unsere Lokomotive. Alles andere kann man bei uns einkaufen. Also Blackburn auch auf jeden Fall eine engere Verbundenheit als zu den anderen. Genau, also wir machen sehr, sehr viel mehr für Blackburn als für den anderen. Also wenn ich mir aussuchen müsste, welche von den Marken für mich am wichtigsten ist, von den sechs, die ihr holt, würde ich auch, glaube ich, Blackburn sagen. Also ich glaube, bei Blackburn würde ich es am traurigsten finden, wenn der nicht mehr da ist. Ja, vor allem Speed ist ja, glaube ich, auch die größte Palette hier in Deutschland. Sind doch die meisten Sorten, die ihr bei irgendeiner Marke habt, oder? Ja, 22, im Vergleich zu allen anderen. Also Nasch mit alter Grammage war kurz davor, also waren 17, aber jetzt stand jetzt 10. Demnächst kommen auch diese alten, neuen Sorten wieder, was vorher waren. Aber die kommen auch nicht an 22. Und Blackburn, wie aus dem Hintertabak, ihr erfahren könnt jetzt. Da kommen ja auch zwei neue. Da kommen auch zwei neue. Das ist schon fest. So, und das heißt, ihr habt mit Nasch angefangen, mit Blackburn weitergemacht. Dann sind noch mehr Marken dazugekommen. Wie läuft sowas ab? Also ihr habt mit den Jungs auf der Huga Club Show geredet und die haben gesagt, ja, sind wir dabei, machen wir. Und dann, was musst du machen, damit du so einen Tabak aus Russland oder generell dem Ausland nach Deutschland holen kannst? Also ich muss sagen, der ganze Prozess ist sehr, sehr schwer. Also wir haben zwei europäische Brands. Also zwei europäische. Die kommen aus der Türkei. Genau. Und Formelo aus Polen. Bei denen ist es natürlich viel, viel leichter. Die machen alles selber. Ja, und Versandwege sind kurz und günstig. Was halt Russland betrifft, ist natürlich der Weg enorm schwer. Also der Prozess läuft folgendermaßen. Also erstmal, das gilt auch natürlich auch für die Jungs aus Türkei und aus Polen, müssen die Produkte, was wir anbieten, konform sind aufgrund der TBD-2. Sprich, die Prozedur läuft folgendes. Die Hersteller schicken uns 10 Milliliter Aroma. Es muss ein reines Aroma sein. Ach, man testet gar nicht den Tabak. Nein, man testet nur Aroma. Ohne Glycerin, ohne Zucker. Also es muss reines Aroma, was in die Sorte reinkommt. Und das finale Produkt wird auch nie überprüft? Also das finale Produkt kannst du überprüfen anhand der Nikotingehalt, was du angibst. Ja, aber für die TBD-relevante Importgeschichte wird nur das Aroma getestet? Weil die anderen Sachen kannst du aufgrund der sogenannten Certificate of Origin überprüfen. In diesem Zertifikat, das ist ja ein weltweites Zertifikat, da wird es aufgeschrieben, welches Blatt man benutzt, wo es herkommt, welches Nikotingehalt das ist, was man alles in das Produkt kommt. Und das kannst du vorlegen, den Zoll hier oder beziehungsweise die Lebensmittelbehörde. Nachdem man das getestet hat, nachdem man weiß, dass die Sache konform ist, können wir über weitere Sachen reden. Dann wird natürlich die Dose designt. Also Namen vergeben. Das heißt, auch das macht ihr? Ja, wir designen die Dose. Und wie läuft das mit Markenrechten? Was meinst du? Also tragt ihr die Marken ein? Tragen die Hersteller die Marken ein? Also es gibt ein Oizek-Portal, das ist eine Europäische Union-Registrierung. Da muss man als Importeur und als Hersteller sich eintragen. Also beide tragen sich bei dem Oizek ein? Genau. Also es ist sehr wichtig, dass beide sich eintragen. Wir haften natürlich für alles, was wir verkaufen. Deswegen, wenn irgendetwas sein soll, die Behörden sollen wissen, an wen die sich wenden. Also wir sind die Vertreiber sozusagen. Die Jungs, die Hersteller müssen natürlich auch sich eintragen, weil die sind die Hersteller. Diese Registrierung ist sehr umfangreich und es gibt zwei Wege. Also für Nasch zum Beispiel habe ich selber gemacht, die Registrierung. Das heißt, gleich beim ersten Produkt hast du versucht, das selber zu machen? Ja, ich habe versucht, das selber zu machen. Ich habe es auch geschafft, selber zu machen. Ich habe auch einige Feedbacks bekommen, ob ich das richtig gemacht oder falsch gemacht habe bei derzeitigen Büro, die uns betreut in diesen Sachen. Also dann habt ihr euch jemanden gesucht, der das für euch macht? Genau, also wir haben uns letzte Intertaba kennengelernt und gleich nachdem haben wir uns an dieses Büro gewendet. Ich muss sagen, also läuft tippitopp. Wenn jemand Interesse kann, kann sich an mich wenden. Also ich bin offen, ich kann den Kontakt weitergeben. Nachdem man das eingetragen hat, was übrigens sehr interessant ist, bei VAPES muss man sechs Monate lang warten und dann erstmal importieren. Bei Wasserpfeifen, Tabak nicht. Das kannst du direkt am nächsten Tag importieren. Gibt es da irgendeinen Grund für, warum das so ist? Ich weiß es nicht. Und angeblich in jedem europäischen Land verschiedene Regeln. Zum Beispiel Spanien hat so eine Regelung, dass die dürfen die Marke importieren, wenn das schon sechs Monate registriert ist. Nur die dürfen die importieren. Also Polen, auch Deutschland 100 Prozent, das ist auch an uns getestet. Sobald wir eingetragen sind, können wir direkt importieren. Das heißt, du trägst euch im Oizek ein, beziehungsweise du trägst dich ein, der Hersteller trägt sich ein. Genau, genau. Und dann können wir schon rechtlich importieren sozusagen. Danach ist natürlich Designetikett. Man muss sehr, sehr viele Sachen beachten. Also Warnchenweisen, prozentuelle Beschriften von der Dose. Man muss natürlich auch die Namen, warum die Namen so komisch sind, ist immer die Frage. Die Grundgedanken daran, in den Namen darf nicht irgendwas sein, was die Leute an das Rauchen anbinden soll. Deswegen sind Fruchtnamen und Co. verboten. Genau. Die Bilder von den Fruchten sind normalerweise verboten. Also man darf normalerweise, ich denke, dass wir tendieren, dass in Zukunft nur noch die Warnchenweisen drauf sind. Irgendwo in Schwarz. In der Türkei ist das ja so. Ja. In der Türkei darf ja gar nichts drauf sein. Die sehen alle gleich aus und dann steht nur einmal in normaler Schrift die Marke und die Sorte. Ja. Genau. Und ja, nachdem man das alles gemacht hat, Design können wir natürlich importieren. Da ist natürlich jetzt auch vor allem sehr, sehr große Schwierigkeit ist der Weg. Also wir importieren mit Hilfe von unserem lettischen Partner, also wir importieren zuerst die Warnchen nach Lettland. Das heißt, ihr bestellt jetzt, also bleiben wir einfach mal bei Blackburn als Beispiel, ihr bestellt bei Blackburn. Ja. Blackburn liefert nach Lettland. Ja. Und das macht aber trotzdem ihr oder das macht euer Partner in Lettland? Das macht unser Partner in Lettland. Okay, das heißt, der Partner in Lettland bestellt bei Blackburn sozusagen. Ja, das ist so Dreier, das nennt man Dreiervertrag sozusagen, also zwischen drei Parteien. Also wir, die bestellen aufgrund unserer Nachfrage sozusagen. Das heißt, ihr sagt dem Lettland, hey, ich brauche eine Tonne Blackburn. Genau. Er bestellt bei Blackburn, Blackburn beliefert ihn, ihr kriegt von ihm. Genau. Und die Ware wird ganz normal eingeführt, versteuert, weil die Versteuerung ist überall in der EU gleich. Okay, das heißt, der Importzoll, wie hoch ist der? 74,9 Prozent. 75 Prozent? Ja, vom rechten Preis. Das heißt, das, was Blackburn haben will, da kommen schon mal 75 Prozent Import drauf. Ja. Und die werden fällig, wenn es nach Lettland geht. Genau. Und dann, wenn es von Lettland zu euch geht, ist es in der EU, da kommt dann nicht nochmal was drauf. Außer nochmal der Versand. Nochmal der Versand, genau. Und danach kommt natürlich die Banderole, die muss man vorher finanzieren für alles. Wichtig, für alle, die das nicht wissen, wenn du jetzt für eine Tonne Tabak eine Banderole bestellen willst, also natürlich in 25 Gramm, musst du für jede einzelne Banderole das Geld vorher bezahlen. Genau. Und Summen, ich weiß nicht, soll ich sagen, was das kostet? Gerne. Also für eine Tonne Tabak ist die Summe aktuell um die 60.000 Euro, was man vorher in Nüsten gesehen hat. 60.000 Euro. Warte, aber insgesamt oder die Banderole? Das ist nur Banderole. Und dann kommt noch normaler Einkaufspreis, Versand, Steuer, alles noch unten. Die ganze Arbeit, das zu registrieren, die Etiketten zu machen. Also es ist kein leichtes Weg und kein billiges Weg. Das ist ziemlich expensive. Aber was kostet so eine 5-Euro-Banderole dann runtergerechnet, weißt du das? Euro 65 oder sowas. Wie? 1,70 Euro. 1,70 Euro. Ja. Das heißt knapp 2 Euro sind straight einfach nur Steuern. Genau. Boah. Und du musst praktisch dir vorher überlegen, für wie viel du dein Tabak verkaufen willst? Das heißt, du weißt, okay, ich nehme 5 Euro, dann bestellst du die 5-Euro-Banderolen und die kosten dann schon mal 1,70 Euro. Genau, jede Banderole. Genau. Wie teuer ist so ein Versand? Also ich kann euch sagen, zum Beispiel die erste Lieferung von Nasch, da war noch alles okay mit dem Krieg etc. Da haben wir den Flug benutzt und da war die Lieferung 5.000 Euro. Für wie viel Tabak? Eine Tonne. Und jetzt mit dem... So, dann sind wir schon bei 65.000 Euro. Und jetzt mit dem LKW ist es deutlich niedriger. Also es ist um die 2.000, je nachdem. Da ist immer noch viel. Ja. Aber so um den 3.000. Aber wir sind nur bei 62.000. Ja. Und natürlich halt dann natürlich den Tabak, was du zahlen musst. Klar, du musst erst mal das Produkt kaufen. Genau. Und das ist auch übrigens bei den Russen 100%ige Vorkasse. Okay. Das heißt, in dem Moment, wo du die Tonne Blackburn bestellst, wollen die auch das Geld für die Tonne Blackburn? Auf jeden Fall, ja. Und da sind wir schon locker bei 100.000 Euro. Das heißt, die Tonne Blackburn kostet auch nochmal 40.000. Nur so, nein, 40.000 kostet nicht, aber ja. Preis kann ich nicht nennen. Nein, aber wir mit allen drum und dran, irgendwo haben wir am Anfang ausgerechnet, mit 100.000 waren wir bei insgesamt, mit allen drum und dran bei 100.000. Da hast du noch keine einzige Dose Tabak verkauft. Mit 100 Gramm? Ach, mit den 100.000, die damals noch waren, ja. 100.000 Euro. Ja. Und da hast du noch gar nichts verkauft. Aber theoretisch musst du alles schon Vorkasse zahlen, überall. Das heißt, wenn du deine erste Tonne Tabak importieren willst, brauchst du schon mal 100.000 auf der hohen Seite. Ja, so ungefähr, also plus, minus. Ja. Boah. Das ist schon... Also sagen wir mal, ich habe jetzt die 100.000 und ich will das machen. Wie lange dauert sowas? Früher hat es, wo noch kein Konflikt war, früher hat es natürlich nicht so lange gedauert wie jetzt. Früher war es so ungefähr um die 20 Tage. Okay. Jetzt mittlerweile... Und das war auch mit LKW oder mit Luft? Mit Luft. Okay. Das ist natürlich aufgrund der Luft, weil Luft ist ja... Schneller. Drei Tage maximal. Oder einen Tag sogar. Jetzt müssen wir planen mit mindestens zwei Monaten. Mindestens. Es hängt auch damit, dass die Hersteller, die waren übrigens auch alle auf europäische Aromen. Also schon immer war das europäische Aromen. Und natürlich mit diesen ganzen Sanktionen haben die sehr große Schwierigkeiten bekommen, die Aromen zu bekommen. Also das heißt, die russischen Hersteller, die für den russischen Tabak, äh russischen Markt Tabak machen, benutzen auch für den russischen Markt europäische Aromen. Ja, europäische Aromen. Ah krass. Ich weiß zum Beispiel... Warum kriegt das dann keiner in Europa hin, einfach auch so Tabak zu machen? Ich habe sehr lange Diskussionen mit Jungs aus Russland geführt. Es hängt sehr viel an der Rezeptur. Okay, aber das heißt, es müsste sich ja mal einer hinsetzen und dann könnte man auch einen geilen Darkplan in Deutschland... 100% ist machbar. Und die Frage, der sich mir dann natürlich, der mir aufkommt, ist, die Russen bestellen Aroma von uns, stellen in Russland den Tabak her, damit wir dann denken, boah, die Russen haben aber geilen Tabak und importieren das zurück. Ja. Weil die 75%, die sollen doch mal ein Werk hier aufmachen. Ich weiß zum Beispiel, einige Firmen schon Gespräche mit vielen Firmen hier. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch ein Gespräch in Polen gab, es gab ein Gespräch in Türkei. Was sehr interessant ist natürlich, ist die Moldawien, weil Moldawien hat ein Abkommen mit der Europäischen Union. Und Moldawien und Russland, ich meine, das ist ja fast das Gleiche. Same, same, but different. Genau. Und viele Hersteller denken über ein Werk in Moldawien, damit die auch natürlich einen großen Exportmarkt hier... Ja, da muss ich jetzt mal die New GmbH mit ihren sechs Marken, die sie importiert, zusammensetzen, den Jungs sagen, hier, mach da mal ein Werk, lass mal die 75% sparen. Genau. Und natürlich, ich meine, überlegen wir mal, also diese 75% machen sehr viel aus. Ja, klar. Also ich kann euch auch sagen, Blackburn ist sehr, sehr aktiv da, weil die haben dadurch, dass die schon drei Messen mitgemacht haben, sehr enorme Nachfragen, zum Beispiel nach Spanien. Das ist der wichtige Punkt, ne? Es geht ja nicht nur um Deutschland. Nein, es geht gar nicht um Deutschland, sondern es geht um ganz Europa. Und nur der deutsche Markt ist so streng wegen dieser ganzen TPD. Ich meine, die können nach Spanien ganz normal, da gibt es keine TPD. Ja, können die eins zu eins. Können sie eins zu eins. Wo wir gerade noch kurz auf TPD, eine kurze Zwischenfrage. Von den Sorten, die du importierst, wie viele waren schon TPD-konform? Und was ist mit denen, die nicht TPD-konform sind? Baut ihr die um? Oder sind die komplett anders? Also ich kann euch an bestimmten Marken auch das sagen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass beim Blackburn war relativ viel auch konform. Aber natürlich auch was nicht konform. Also klassische Beispiel ist, ich rede das zum Beispiel offen, das ist kein Geheimnis, weil irgendwann wird sie auch drauf kommen, ist ein Haribon-Geschmack. Also in Haribon, in originalen Haribon ist auch eine Kühlenote oder besser gesagt Minzenote ist drin und die haben das einfach weggelassen. Das ist so ein klassisches Beispiel, womit man Haribon aus Russland mit Haribon aus Deutschland unterscheidet. Das heißt, da würdest du auf jeden Fall rausschmecken, wenn du jetzt eine Haribon in Russland rausgehst? Ja, auf jeden Fall. Aber gut, solange man nur die Kühle verliert. Genau. Ich sag mal, lieber habe ich die Möglichkeit, einen Haribon ohne Kühle zu kaufen, als gar nicht. Ja, genau. Und also im Großen und Ganzen, denke ich, liegen wir da, wenn wir alle Brenns summieren, denken wir so 50-50. Also es wird auch viel geändert und es ist einfach so, dass man einfach andere Arome nimmt. Das klassische Beispiel, zum Beispiel es gibt einen Stoff drin im Aromen, das heißt Linalol. Linalol ist ein Aromenverstärker, also Geschmacksverstärker und das benutzt man zum Beispiel in Joghurt. Also du kannst es praktisch essen, aber du kannst es nicht rauchen. Und in Joghurt, also es ist auch komplett legal in Joghurt? Es gibt komplett ganz normale Aromen, also was zum Beispiel Maracuja. Und warum ist es für Rauchen? Angeblich wurde das nachgewiesen, dass wenn man Linalol inhaliert, steckt das irgendwo in der Luge und man meint, dass es nicht gut ist. Ist verständlich. Deswegen, es gibt 10 Aromen ohne Linalol. Was wirkt das an dem Produkt? Dass es natürlich vielleicht ein bisschen weniger intensiv ist. Aber dafür halt egal. Aber dafür halt egal. Und die Konsequenzen sind natürlich enorm. Also ich meine, du kannst schon alles Mögliche hier bekommen, wenn du halt nicht konformes Produkt kaufst oder verkaufst. Und wir bei solchen Investitionen sehen das nicht ein, dass wir hier irgendwas bringen, was nicht konform ist. Am Ende holst du für 100.000 Euro Tabak und darfst ihn dann vernichten. Genau. Das wäre natürlich absolut schade. Ja und wie gesagt, die Hersteller haben Probleme bekommen, weil wo das Ganze angefangen hat, haben zum Beispiel Narsch sehr große Probleme gehabt. Deswegen war es so lange nicht da, dass die einfach die Aromen nicht geholt haben. Bei Blackburn sieht es anders aus. Eine große Firma, die neun Aromenhersteller hat. Von Amerika, von Europa, von allen, von ganzen Welten. Die können natürlich das Produkt bauen und das schmeckt eins zu eins wie das originale Produkt. Ich kann auch sagen, zum Beispiel bei uns waren auch, ich bin im Prozess ein bisschen integriert bei Blackburn. Ich rede direkt mit dem Herstellungsmanager, der herstellt das Produkt. Und da war bei uns vor kurzem, auch wegen dem neuen Flavor, war der Gedanke, weil die haben das gebaut mit den anderen Aromen und das hat nicht so geschmeckt. Und die haben gesagt, wir machen das nicht. Ich habe gesagt, das ist nicht unsere Qualität. Und wenn das nicht eins zu eins schmeckt, wir werden das nicht bringen. Also harte Qualitätskontrolle und wenn die selbst nicht mit happy sind, kommt auch nichts. Also ich muss sagen, bei Blackburn ist das extrem. Also wirklich, ich habe keine einzige Firma, die macht so extrem wie Blackburn. Also die haften, beziehungsweise schauen auf diese Qualität so groß und wirklich drei, vier Mannschaften testen. Und wenn die nicht sicher sind, die werden das nicht reingekommen. Also würdest du auch sagen, dass die ganzen Blackburn-Flavor, auch die umgebauten, eigentlich fast eins, so gut wie eins zu eins sind, wie die, die losgibt? Ja, also es sind nicht so viel, es sind nicht so viel, aber ich weiß nicht. Also du kannst vielleicht auch aus deiner Erfahrung in Streams oder so, du hast ja bestimmt die Leute, die sowas fragen, ob die halt merken den Unterschied. Also ich glaube, ein paar Experten gibt es da auf jeden Fall schon, die jetzt gesagt hätten, ja, der Haribon ist bestimmt irgendwie, also ich glaube, es gibt drei Fraktionen an Leuten. Erstmal die, die gar nicht das russische Produkt kennen. Das heißt, entweder denen schmeckt das deutsche Produkt oder das schmeckt denen nicht. Dann gibt es die Leute, die das russische Produkt kennen oder denken, dass sie es kennen und einfach immer sagen, ausländisch ist besser, ausländisch ist besser. So wie auch immer noch jeder schreit, ausländischer Doppelapfel ist der Beste, den es gibt und so weiter. Und dann noch die Leute, die tatsächlich, actually den Unterschied nicht nur rausschmecken, sondern auch noch gut ausdrücken können. So, da mussten wir eine ganz kurze Köpfchen-Wechselpause einlegen, aber neue Köpfe sind gebaut, es kann weitergehen. So, wir haben schon viel über den Import geredet, wir haben drüber geredet, wer du bist, was du studiert hast, die Anfänge von der New GmbH in der Logistik, dann weiter mit Tabak und jetzt waren wir gerade bei den Aromen stehen geblieben. Ja, also wie gesagt, die großen Herstellern in Russland haben auch die Probleme bekommen und da wir bei der Frage, wie lange dauert jetzt eine Lieferung von Russland nach Deutschland, also mittlerweile sind wir mindestens bei zwei Monaten. Also das hängt auch daran, dass wenn wir zum Beispiel neuen Flavor nach Deutschland bringen müssen, müssen erstmal, reden wir jetzt über Blackburn, müssen erstmal Blackburn ein Aroma bestellen, dann soll es getestet werden, wenn alles gut ist, wenn der Aroma passt, dann muss das produziert werden und dann geht es hier. Also wir rechnen jetzt mittlerweile mit mindestens zwei Monaten, deswegen schauen wir sehr, sehr viel und arbeiten sehr, sehr viel mit Zahlen, zum Beispiel jetzt können wir zum Beispiel aufgrund der Zahlen auch einen Koeffizient nennen, in wie vielen Monaten zum Beispiel prozentual verkauft sich eine oder andere. Das heißt, du guckst dir die erste Woche an oder den gesamten Zeitraum, wie es in der Vergangenheit lief? Also wir gucken immer so Abschnitts, in die Abschnittszahlen, ja, quartalmäßig, dann schauen halt, wie der sich verkauft, dann können wir das in Zahlen projizieren. Stark. Ja, also zum Beispiel, so Papaya verkauft sich in einem Monat, das ist unsere offizielle Zahl, Green Tea auch zum Beispiel, oder wir haben zum Beispiel auch einen Irish Cream zum Beispiel, der läuft nicht so gut. Das ist halt auch eher so ein besonderes Ding, für weniger Leute. Genau, und der ist glaube ich jetzt bei sechs Komma noch was Monaten. Ach krass, also den müsst ihr theoretisch zweimal im Jahr bestellen, dann passt das. Genau, genau. Also wie setze ich die Zahl zusammen, habt ihr dann eine Mindestabnahmemenge bei Börn? Also Mindestabnahmemenge nicht, aber wir bestellen immer sehr groß, weil je größer du bestellst, desto kleiner ist die EKA mit den ganzen Transportkosten. Also Stückkosten wird natürlich kleiner. Genau, wird reduziert, ja. Und deswegen, ja, also ich glaube, wir haben nicht weniger als eine Tone bestellt. Also wir bestellen so tonenmäßig immer. Und dann, wie würdest du sagen, sind bis jetzt die Marken bei euch aufgestellt? Also ich würde schätzen, Blackburn verkauft sich am meisten. Du hast schon gesagt, das sind Lokomotive. Also von den 100 Prozent, was wir anbieten, verkauft sich Blackburn mit 58 Prozent. Ui. Das ist krass. Das ist heavy. Also von sechs Marken, eine mehr als 50 Prozent, ist schon heftig. Also auch die größte Marke und ich würde auch sagen, die etablierste Marke von Unternew. Und der zweite ist Nasch mit 23. Und der Rest ist immer so klein. Was ich hier auch sagen kann, wir haben sehr viele Marken, die wirklich unterschätzt sind. Also ich kann auch jetzt sagen, nachdem ich jetzt meinen ersten Sebero probiert habe mit dem Omsk. Das war Erdbeere-Rhabarber. Nee, Johannisbeere. Johannisbeere-Rhabarber. Der war stark. Also Sebero ist bei mir persönlich auf jeden Fall unter dem Radar geflogen. Gut, wenn der Podcast jetzt rauskommt, dann wird schon unser Sebero-Tasting-Stream gewesen sein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt war das das erste Mal, dass ich Sebero probiert habe. Aber man muss auch allgemein vielleicht mal dazu sagen. Stimmt nicht. Ich habe einmal auf einem Geburtstag zweimal eine Pfeife gezogen. Entschuldigung. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die ganzen anderen Brands, also wie Dosai, Sebero, sind ja alles doch relativ neue Marken, die jetzt da sind. Ich meine, Blackburn, Nasch sind ja so mit die, die am längsten schon dabei sind. Und allein, dass es die zweitstärkste Verkäufe, was will ich sagen, Digga? Die zweitstärkste Marke. Die am zweitmeisten verkaufte Marke in Russland ist. Das ist ja schon, da hat der Name ja schon eine gewisse Kraft. Ja, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte zu unseren Marken, also wir haben, ich habe das, glaube ich, mehrmals auch erzählt, wir haben unsere Marken nicht einfach so genommen, weil, was weiß ich, gute Verhandlungen da waren. Also wir bekommen fast monatlich irgendwelche Angebote von russischen Herstellern, die Anfrage stellen, ob wir kooperieren müssen, weil ihr müsst euch vorstellen, indem wir drei Firmen zusammen getan haben, dass diese Kooperation, also du meinst jetzt zwischen euch, Melius und Coco Loco, wir können den Herstellern ein Paket anbieten, in dem wir können sagen, wir kümmern uns um alles. Du gibst uns den Tabak, den Rest machen wir. Genau, wir haben Erfahrung in Registrierung, wir haben Erfahrungen in Analysen, wir haben Erfahrungen auf dem Markt, wir können sagen, was gut geht, was nicht gut, wir können alles machen aufgrund unserer Erfahrungen bis jetzt. Und wenn ihr wollt, können sie mit uns kooperieren. Das ist natürlich... Ich glaube, man kann auch einfach mal festhalten, du bist oder du mit der Firma New bist eigentlich der Experte für den Import von russischem Tabak. Und vor allem, ein sehr positives Beispiel, wenn wir mal überlegen, wie lange wir jetzt schon auf Element warten, wie lange wir auf viele andere ausländische Tabaksorten... Es gab doch noch was, Element und... Ich weiß, dass Kraken mal im Gespräch war. Ja, Kraken gab es auch mal so einen Test. Genau. Aber es gab doch auf der Shisha-Messe noch was. Aber das war von der Kohle da, was meinst du denn? Ach egal, auf jeden Fall gibt es genug Beispiele in der Shisha-Szene, dass Import auch sehr oft nicht funktionieren kann. Ja, irgendwas kann schief gehen natürlich. Und da muss man schon sagen, Props, dass ihr erfolgreich sechs Marken auf den deutschen Markt gebracht habt. Und wie ich gesagt habe, wir haben unsere Marke dann so zusammengestellt, dass wir auch ein verschiedenes Niveau an Nikotin, an Stärke bringen können. Also zum Beispiel der allerleichteste Produkt von uns ist der Brusco. Also das kann gefühlt, denke ich hier... Brusco ist ja auch kein Tabak, sondern Hibiskusblatt und Vape-Aromen. Aber in Russland hat Brusco tatsächlich auch Tabak, ne? Ja, tatsächlich. Und viele fragen auch, ob wir den auch bringen, weil er performt auch sehr gut, muss ich sagen. Und haben die dann, also die benutzen Tabak, aber haben die trotzdem die Vape-Aromen? Nein, da benutzen die ganz normale Aromen. Weil Vape-Aromen auf Tabak nicht funktionieren? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich verstehe. Der Hibiskusblatt ist eine sehr, sehr interessante Sache, weil dieses Blatt nimmt einfach diese Stärke, diese Kratzen im Hals, der nimmt das einfach weg und das ist eine Erfindung von denen. Viele haben das auch versucht. Ja, wir hatten ja mal Jam, ne? Jam, Chabaka zum Beispiel, sehr berühmt. Aber Chabaka ist Tee, oder? Ist Teeblatt, ist kein Hibiskusblatt. Ist ja reines Teeblatt. Auch wieder was anderes. Von Chabaka hatte ich damals, als ich 2020 auf der Huka-Club-Show war, viel getestet. War auch gut. Da war eigentlich auch bei uns, wo wir uns kennengelernt haben, bei Nashtent waren auch Cem im Gespräch, ein sehr aktives Gespräch, aber leider ist es nicht geworden. Also auch gab es... Aber ihr habt ja dann mit Brusco eine gute Alternative gefunden. Ja, auf jeden Fall. Und Brusco ist auch jetzt sehr, sehr stark in Russland. Natürlich in deren Bereich. Bin ich sehr gespannt, wie sich Brusco in Deutschland entwickeln wird. Weil, also ich muss sagen, von den sechs Sorten, die ihr habt, sind für mich nur zwei. Das ist einmal der Pipo, Pipo, wie heißt der? Welchen meinst du? Auf jeden Fall der mit Ananas, Mango und der hat der Pingu Straw. Ich denke immer Pipo, Pingu. Ja, der ist sehr, sehr geil. Und der Apfel. Der Apfel-Kiwi. Die zwei, könnte ich mich reinlegen. Weißt du warum? Weil ich bin, ich füge noch eine Sorte dazu. ist die Komi, ist die Preiselbeere. Ja, das habe ich gehört. Ich bin sehr auf... Das ist eine von vier Neuen, die da kommt, ne? Nein, die ist noch der Komi, heißt die. Und ich bin sehr auf Saures fixiert. Also bei mir, ich war jetzt kurz in Zypern unterwegs und habe bei mir entdeckt, diese Kombination süß und sauer. War früher immer entweder süß oder sauerer Raucher. Und diese Kombination süß-sauer und das hat mich so verziehen. Ich habe einen Mix. Das ist Nasch, Sweet E, diese Bonbon mit Energydrink und Kombi, 70 auf 30. Ich kann das einfach so kaufen. Also deine Lieblingskombi aktuell. Ja, also eine der Lieblingskombi. Also beim Blackburn, da kann ich euch viel mehr Mixes vorschlagen. Natürlich, aber das ist... Das fand ich übrigens auch geil. Und ich weiß gar nicht, ob es die auf Social Media gibt. Aber ihr hattet auf der Intertabak drei empfohlene Mixes. Einmal vom Julian, Hukaglau. Vom Aaron und vom Dave, Hukademy. Und die waren auch so nice. Ich weiß nicht, findet man die irgendwo auf Social Media? Haben die die gepostet selbst? Habt ihr die gepostet? Falls nicht, mach das. Ja, wir machen das. Also ich denke, die haben bestimmt bei denen gepostet. Aber ich muss sagen, das ist deren Mixer. Das ist nicht irgendwie unsere oder... Die waren so geil. Die haben alle schrei geraucht, als wir bei euch waren. Ja, die sind auch gut. Also ich muss sagen, die drei Jungs, die machen sehr geile Arbeit. Ja, Brusco, das leichteste Produkt. Danach kommt natürlich zu Fumelo und Cebero. Fumelo ist... Ich meine, die Marke Polen, die kennen sich gut aus mit Tabak. Die machen da übrigens auch einen anderen Tabak. Verkaufen, glaube ich, nach Ukraine. Aber das ist so Richtung Virginia. Was bei Fumelo einzigartig ist, die haben sehr viel mit Eis. Also der eine, der liebt Eis im Tabak, braucht sich nicht irgendwie was dazu mischen. Der hat einen Geschmack und performt. Also wenn ihr mich fragt, Maracuja von denen ist der beste Flavor. Ich rauche das sehr gerne. Aber Cebero für mich als Umstieg von Virginia und Darwin, also es gibt kein besseres. Also diese Classic Life. Also wer mal reinschnuppern will in die Darkblend-Welt, aber sich jetzt nicht mit einem Must-Have-Blackburn komplett die Kante geben möchte, Cebero sehr wenig Nikotin für einen Darkblend. Und deshalb maybe die beste Option, um mal einen Darkblend zu probieren. Vor allem auch sehr sanft zu rauchen. Und in jedem Setup. Also sowohl in Merloch als auch in Funnel, muss ich sagen, läuft ja super gut. Und was man wissen muss, bei Eigenschaften von Cebero ist es mehrfach ausgewaschene Börrli-Sorte. Also je mehr du wäschst diese Börrli, desto weniger Nikotin bleibt. Und die ist sehr, sehr grün, mehrfach ausgewascht, deswegen sehr wenig Nikotin ist. Du hast vorher kurz angesprochen, warum kann kein deutscher Hersteller nachbauen? Warum generell machen Deutsche nicht... Also ein russischer Darkblend hat ja in Deutschland ein sehr hohes Ansehen. Warum gibt es nicht mehr deutsche Darkblend? Was gibt es in den deutschen Darkblend? Eino. Eino natürlich. Also Eino ist eigentlich das Paradebeispiel. Ja. Aber abgesehen davon, es soll jetzt die Darkbase kommen, aber ob das so ein richtiger Darkblend wird oder... A Place gab es da noch. A Place, ja. Ich weiß nicht, ob Gismet man... Ja, Gismet ist immer... Gismet ist halt Gismet. Ja. Also es ist... Man sagt immer Virginia, Dix und Gismet. Ja, Gismet ist das ganz eigenes Ding. Nee, aber ansonsten, ohne jetzt noch eine Stunde drüber nachzudenken, gibt es mit Sicherheit noch einige, die uns gerade spontan... Also ich denke, das ist... Also zum Beispiel bei uns in Frankfurt, der André von Blackburn, der hat kurz drüber erzählt. Das Problem ist, die haben früher angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ich bin 100% sicher, wenn es so weiterläuft, so diese Geschichte von Virginia und Darkblend, dass es werden 100%ig deutsche Hersteller sein, die das in den Griff bekommen. Aber bloß auch erfahrungsgemäß haben die so lange probiert. Also das Testen dauert so lange und dadurch hat Blackburn den Vorteil, weil sie so früh damit angefangen haben. Ich bin... Und nicht nur Blackburn. Ja. Nicht nur Blackburn. Alle. Also ich meine, ich kann dir nur ein Beispiel nennen. Wir haben Chupa Grupa. Mhm. Chupa Grupa hat letztlich ein Problem bekommen, dass ein Aroma nicht lieferbar war. Und da haben die ewig lang probiert, das nachzubauen. Und stelle dir mal vor, in diesem Geschmack kommt eine Moleküle rein, der den Geschmack komplett verändert. Bis... Und genau das gab es nicht. Und genau das gab es nicht. Und die haben gesagt, ihr bekommt es nicht. Weil diese Moleküle ist jetzt nicht verfügbar. Weil ohne diese eine Moleküle, das ist ein kleines vielleicht Tröpfchen, verformt das nicht so. Es ist nicht Chupa Grupa. Und die haben gesagt, wir bringen das nicht. Ja. Ihr bekommt es nicht. Und dann haben die so lange rumprobiert, bis sie es nachgebaut haben. Und gesagt haben, jetzt sind wir hier mit. Ja. Krass. Und siehst du, diese kleinen Feinigkeiten. Ich meine, wie lange muss man sich damit beschäftigen, dass man auf sowas kommt. Auf diese Kleinigkeit. Auf diese Kleinigkeit. Detailverliebtheit einfach. Genau. Und wie gesagt, also wenn wir von unseren Brands ausgehen, die Blackburn, das sind die Perfektionisten. Also wenn Qualität nicht stimmt, die werden einfach sagen, nein, wir geben uns nicht. Dann machen wir Pause. Genau. Dann habt ihr das nicht. Das war so ein Zeitlang mit Green Tea. Ja. Wo das nicht lieferbar war. Ja, das war eine schlimme Zeit. Genau. Danach, nach diesen drei kommen halt ziemlich schwere Geschichten. sage ich mal so, der auch, denke ich, meine Erfahrung benötigt, die man raucht. Knasch natürlich, der auch sehr smooth und angenehm zu rauchen ist. Aber natürlich 70 auf 30, Berlin, Virginia. Danach kommt Dosai. Was ich übrigens, viele zum Beispiel auch im Stream schreiben, ja, die Flavor sind nicht schön oder ich kann damit nichts anfangen etc. Meine persönliche Meinung ist, ich war aber letztes Jahr bei Intertabak, die haben sofort gecatcht. Und ich habe es mir sehr lange überlegt und da haben meine Okay gegeben, dass wir die Marke reinbringen, weil die hat so ein bisschen so etwas Besonderes. Also die haben diese Grundtabak von denen so ein bisschen Besonderes. Ich war jetzt übrigens vor kurzem in Istanbul bei denen im Werk und wir haben, die sind die Türken verrückt. Also die haben mir, ich glaube, ich habe 25 Flavors getestet. Boah. Und weißt du wie? Die haben mir einfach nach 15 Minuten immer einen neuen Kopf gebraucht. Und irgendwann, Mann, dann irgendwann mal habe ich nichts mehr gespürt aus dem Grundtabak. Und die rauchen das so ein bisschen anders. Also zum Beispiel, ich habe bemerkt, wir sind gewohnt, drei, vier Kohle, wir rauchen das an und danach halt nehmen wir entweder komplett die Kohle runter oder halt machen einen oben drauf. Die rauchen das mit drei an und dann machen sofort diese Mickey Maus. Einen und zwei auf die Seiten. Und rauchen so die ganze Session. Und ich habe das bei denen angeschaut und ich habe wirklich, ich muss sagen, die Dosei befunden sie so besser. Okay, also du würdest sagen, bei Dosei Empfehlung direkt auf Mickey Maus gehen? Ich denke ja. Also die bauen sehr viel mit Funnel. Ich persönlich auch tendiere, Dosei im Funnel zu rauchen. Für mich... Was wäre denn, das können wir vielleicht auch nochmal für alle Marken machen. Für welche Marken würdest du sagen, rauchst du lieber im Funnel oder lieber im Meerloch? Also bei mir ist es schwierig, weil ich bin... Also ich habe die Möglichkeit, um die 67 Flemas zu rauchen. Weird Flex, aber für mich. Und mein Vergleich ist vielleicht nicht so gut, aber ich habe jetzt in drei Monaten sehr viele Feedbacks geholt. Ich kann sagen, Brusco, ich kann dir vielleicht einen Vorschlag machen. Wir holen jemanden von der Straße jetzt, schmeißen so Brusco Tabak rein in den Kopf und das wird performen. Also egal welcher Kopf. Egal. Also Brusco ist einfach der Perform-Tuber. Okay, also Brusco geht beides? Geht beides. Dosei hast du gesagt lieber Funnel? Dosei finde ich auch persönlich, muss ich sagen, lieber sogar im Meerloch. Gut, am Ende des Tages wird es immer Geschmackssache bleiben, ne? Aber einmal die Empfehlung von Eugen zu sagen. Also ich weiß nicht, zum Beispiel die Masters und der Ambassador, Keri und Mike zum Beispiel von Dosei, die sagen auch, Meerloch ist besser. Ich meine grundsätzlich Meerloch, mehr Aromen, mehr Nikotin, mehr Rauch. Ja, also bis zu Meer Rauch wäre ich bei dir. Vielleicht auch, ja. Also ich würde sagen, es ist einfacher, Meer Rauch aus dem Funnel rauszuballern als aus einem Meerloch. Ist einfacher, aber ich glaube mittlerweile mit den Setups, die wir haben, gibt es gar nicht mehr so viel. Nö, aber wo ist es einfacher, Meer Rauch zu produzieren, wäre ich immer noch bei Funnel. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Bin ich bei dir. Aber Geschmack kommt auf jeden Fall anders. Muss man halt rausfinden, was einem besser gefällt. Nikotin, ja, so ein fluffig gebauter Meerloch, ordentlich Hitze geben, Darkband rein, Mahlzeit. Also Blackburn zum Beispiel würde ich auch sagen, die Leute, die anfangen, auf jeden Fall vielleicht Funnel, auf jeden Fall vielleicht anfangen zu mischen mit üblichen Virginien, die man raucht und somit halt ein bisschen mehr immer zu machen, so 25, 30, 40 Prozent, je nachdem, wie man das verträgt. Aber ich kann dir eins sagen, es war ein richtig, ein klassisches Beispiel, was hier in Deutschland fehlt. Ich war jetzt vor kurzem im Urlaub in der Türkei mit meiner Familie oder es gibt einen Hooker-Place in Lara. Ich war dort. Ich habe mit mir einen Kumpel, der überhaupt, der raucht keine Pfeife. Der raucht nur bei mir. Also ab und zu schon, aber halt nicht selbst. Aber wirklich, wenn er bei mir raucht, mein Kopf, er beginnt sofort zu husten. Und er raucht immer so meine Köpfe. Das ist so ein klassisches Beispiel von Schischa-Rauchern, der täglich raucht und nicht täglich raucht. Und ich habe dem Master gesagt, wir wollen Darkband rauchen. Dieser Kollege ist absoluter No-Raucher. Also der raucht gar nicht. Und ich rauche stark. Und der hat eineinhalb Stunden Darkblend, ohne einmal zu husten, geraucht. Und wie? Das ist ein Bauen im Kopf. Aber beides das gleiche Setup? Also hattet ihr beide irgendwie, beide Mehrloch, beide von? Beide Mehrloch, beide, also HMDs drauf. Er hat mit, wir haben beide mit drei Kohlen geraucht. Der Master hat ihn so gebaut, auf Abstand, kein Nockenkontakt, das hat gar nicht gedrückt. Ich weiß, dass er, er hat Masterhef, glaube ich, drin. Masterhef, Blackburn und Sebero. Hat er drin, so ein Misch-Bären-Mix. Ich habe nur, glaube ich, Blackburn drin im Kopf geraucht. Und wirklich, das war so ein klassischer... Also auch die Tabak-Auswahl war ja schon entscheidend. Ja, also bei denen ist auch, kannst du alles probieren, was du willst. Und wirklich, ich muss sagen, mit Erfahrung kann man Mehrlochkopf, Darkblend rauchen. Und das war es für mich einfach, wo ich gesagt habe, ich habe so gewartet, habe für ihn gesagt, ja, wann kustest du? Und er hat kein einziges Mal gekostet. Also... Gut, aber das Problem ist natürlich, dass für viele Leute, die dann anfangen wollen mit Darkblend, vielleicht, also natürlich noch nicht die Erfahrung für Darkblend da ist. Ja, ja. Wie gesagt, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen. Ich meine, Virginia performt überall easy zu bauen. Also du kannst nichts falsch machen. Also ich gehe mit, dass Darkblend mehr Know-how beim Kopfbau braucht, deutlich mehr Know-how beim Kopfbau braucht als Virginia. Aber bei Virginia bin ich zum Beispiel so, rauche ich nur im Funnel. Also Virginia im Mehrloch... Ich finde Virginia im Mehrloch, der ist too much, der ist zu trüber. Also das Aroma, was du aus dem Mehrloch ziehen kannst, ist nicht für, also der Virginia ist nicht für ein Mehrloch gemacht in dem Setup mit HMD. Der ist für Kamin-Setups und du kannst auch noch auf Funnel projizieren. Aber ich finde, da ist der einfach zu trüber. Ja, ich weiß jetzt gar nicht zu trüber. Also ich habe es nicht oft probiert, weil es läuft einfach nicht gut, meiner Meinung nach. Kann man sehr leicht verbrennen. Ja. Also wenn ihr Poe Virginia raucht, lieber nicht im Mehrloch. Wenn ihr, ich sage mal, mehr als 50% Darkblend reinmischt, dann würde ich langsam sagen, da kann man auf jeden Fall mal Mehrloch testen. Was ich bemerkt habe, auch jetzt aufgrund, was ich gesehen habe, von den zum Beispiel russischen Masten, die Heat-Management bei Darkblend ist eine einfach der, wahrscheinlich auch die Grundbasis mit Kopfbau. Also. Ja, Heat-Management und Kopfbau geht Hand in Hand. Genau. Also, und die haben einfach aus der Erfahrung, die können einfach das komplett switchen. Also die können einfach sagen, du rauchst gar nicht, dann so. Du rauchst viel und willst stärker rauchen, so. Ja. und. Ich glaube, das kennt auch jeder das Beispiel, als Mastef das erste Mal nach Deutschland kam, du hast dir wie gewohnt einen Kopf gebaut und der hat sich sowas von aus dem Leben geschossen. Ja. Das ist geisteskrank. Ja. Also ja, großer Unterschied auf jeden Fall. Und das sehe ich zum Beispiel auch sehr große Potenziale, was wir auch natürlich bringen können, auch mit Unterstützung von unseren russischen Herstellern, also diese ganzen Kopfbau-Geschichten, diese ganzen Heat-Management, dass die Leute, ich meine, wenn, ich meine, dass der, dass der Endkunde, wenn er sagt, ich rauche, jetzt pfeife und ich rauche zum Beispiel einmal pro Tag und ich will eine Session von einer Stunde mit viel Aroma, mit perfekter Geschmack, perfekter Hitze und das, und dass ich halt dazu die perfekte Anleitung genau, dass es die perfekte Einleitung dazu gibt und da sind wir natürlich sehr, ich hatte ja schon mal, ich hatte eine Content, ich hatte eine Content-Idee und zwar war mein Vorschlag, die Expertise aus Russland nach Deutschland holen in Form von, man nimmt fünf Blogger aus Deutschland, steckt die in ein Haus und man nimmt fünf krasse Hooker-Master aus Russland, steckt die mit in dasselbe Haus und jeder von den Bloggern kriegt sozusagen einen Hooker-Master-Partner und da wird ein Thema beleuchtet, einer macht Kopfbau-Funnel, einer macht Kopfbau-Meerloch, einer macht Hitzemanagement, einer macht Mixology und für den fünften fällt uns auch noch was ein, ansonsten sind es halt vier und so noch mehr Expertise aus Russland nach Deutschland bringen, könnt ihr uns ja gerne mal auf Insta schreiben, was ihr davon haltet. Ja, also auf jeden Fall, ich bin voll dabei, also ich finde eine richtig krasse Idee. Schauen wir mal, was draus wird. Also ich habe deine Vorstellungen oder beziehungsweise deine Wünsche oder wie du das siehst an die Jungs weitergegeben. Ich denke, es wird wahrscheinlich schon was kommen, weil ich meine, du hast ja selber erlebt, die waren da, die sehen halt, wie wenig wir noch in diese Richtung machen, obwohl ich muss sagen, wir machen sehr viel educational contact letzte Zeit, versuchen das an die Leute zu bringen, dass es möglich ist, dass ihr braucht keine Angst haben. Das ist einfach Übungssache, wie ihr das macht und wie es für euch, ich meine, jeder raucht immer unterschiedlich. Ich will mehr, dass es mehr ballert, mehr Hitze. Alex und ich sind da Paradebeispiele für, dafür, dass wir so oft Pfeife zusammen rauchen. ich rauche sehr viel Funnel, Alex raucht sehr wenig Funnel mittlerweile, Alex raucht nur Edelstahl-HMD, ich rauche eigentlich nur Alu-HMD, Alex raucht am liebsten mit 27er Kohle, ich am liebsten mit 26er Kohle, also ja, unterschiedlicher kann es nicht sein. Aber am Ende soll ein Kopf performen. Genau, am Ende muss der Kopf so performen, dass man selbst happy damit ist. Genau und wie gesagt, nochmal zu unserer Aufstellung, Dosei, finde ich persönlich sehr unterschätzt. Ich hoffe, dass es tendenziell besser wird, auch mit den zwei neuen Sorten, die jetzt rauskommen, von denen... Aber bei Dosei kommen auch zwei neue? Ja, zwei neue Sorten kommen, auch grüner Apfel kommt und kommt aber auch sehr interessante Fläger, gebackene Pfirsich, ein sehr interessanter Fläger und bin gespannt, wie das ankommt. Ich kann mir schon vorstellen, die gebackene Pfirsich fand ich auf der Messe sehr, sehr lecker. Durch dieses extreme Süße, durch diese Karamellnote, die halt so ein bisschen rein empfunden wird, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch gut ankommt. und was ich gut finde bei den Jungs von Dosei, die sind auch bereit, was zu machen, die sind sehr aktiv mit uns, auch im Gespräch, die wollen immer Feedback holen, die wollen immer halt sagen, ja, was können wir besser machen, was können wir noch bringen, bin gespannt, wie das wird. und Grundgedanke war, dass zu uns ein Dark Blend Raucher kann kommen und sagen, ich bin Anfänger, ich steige damit an, egal welche Stärke, genau, ich bin Profi, ich kann mit was weiß ich bleiben. Ich finde Profi-Anfänger ist immer so ein bisschen schwierig, also natürlich gibt es Tabak, den ich auch als Anfänger freundlicher einstufen würde, aber ich würde es dann eher bei den Nikotin-Leveln behalten, weil nur weil jemand sagt, ich will nicht super starken Tabak rauchen, heißt ja nicht, dass der nicht auch sehr tief drin sein kann in dem Thema. Das ist ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber viele wissen das nicht, Nikotin-Gehalt von Brusco ist 1 zu 1 wie Dark Side Base. Ah, okay. 1 zu 1. Brusco ist wie Dark Side Base, 1 zu 1 ist Nikotin-Gehalt. Eugen, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden, vielleicht können wir uns da auch das ein oder andere Thema nochmal für eine zweite Folge aufheben, bevor wir aber zum Schluss kommen. Alex und ich haben beide in unseren Instagram-Stories einmal unsere Community gefragt, welche Fragen sie an dich haben und da würden wir dir jetzt noch ein paar schöne Fragen raussuchen und die hoffentlich von dir einmal beantwortet bekommen, wenn ich das denn finden würde. Du bist auch noch am Suchen? Ja, ich bin auch noch am Suchen. Ich habe übrigens auch Fragen an euch. Oh, okay. So ein Ding ist das auch. Ich merke schon, ja. Ja, wild. So, ich habe meine Fragestory hier gefunden. Die erste ist, wann kommen all diese Sorten nach Österreich? Ah, interessant. Habt ihr da Pläne? Andere EU-Länder, ja? Ja, also grundsätzlich haben wir jetzt aufgrund der Kooperation mit diesen drei Firmen, was wir jetzt machen, haben wir jetzt auch im Plan und ich muss sagen, für einige Länder ist das schon passiert. Zum Beispiel Sebero kommt jetzt nach Polen. Ah ja. Wir machen folgendes, wir machen ein Hub in Lettland und wir sagen zum Beispiel, weil wir bekommen sehr viele Anfragen aus, sagen wir so, jetzt kleine Länder wie zum Beispiel auch Österreich oder zum Beispiel Slowenien, so kleine Mengen zum Beispiel und natürlich wenn die sich direkt an Hersteller wenden, sagen sie Mindestabnahme etc. Deswegen haben wir uns gesagt, dass wir setzen mit diesen Leuten, die Interesse haben, das Weiß zu verbreiten in Verbindung und sagen, Jungs, ihr könnt es bestellen, so viele und so viele Sorten sind registriert, wir können das für euch machen, ihr bestellt Grammage, was ihr haben wollt, ihr bestellt Flavors, das Einzige, was ihr uns bringen sollt, ist die Design von Etikett, dass es halt ordnungsgemäß eingeführt wird. Ja, weil die wahrscheinlich besser wissen, wie das in dem Land dann sein muss. genau und die haben die Möglichkeit, natürlich, die Brands, die wir präsentieren, auch in ein kleineres Land zu importieren. Also es ist auf jeden Fall möglich, die genaue Details kann nur zu bestimmten Ländern sagen. Okay, und wie wäre es bei Österreich? Österreich haben wir Gespräche geführt, ich weiß nicht, ich weiß, dass wir noch nicht einig sind, aber ein Interessant ist da, zum Beispiel Schweiz ist auch, was jetzt sehr viel im Gespräch kommt. Spanien ist sehr aktiv, also ich vermute, dass jetzt Richtung Winter sehr viele Marken von uns nach Spanien kommen. Stark, stark. Nächste Frage wäre, was werden die nächsten Marken? Und da haben wir ja dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer, Zuhörer, würde es aufgefallen sein, dass wir vorhin einen Must-H Kopf anhatten. Eugen, was hat es damit auf sich? Vor ungefähr, wann war das? Ich denke, so sechs Monate. Als wir bei euch in Augsburg waren, so ein halbes Jahr, haben wir uns gesehen und da hast du uns gezeigt, deine Petition, was du gestartet hast und das hat gewirkt. Für alle zu Erklärungen, als das Thema aufkam, dass es kein Must-Have mehr in Deutschland gibt. Ich liebe ja Must-Have, ich sage ja immer wieder, wenn ich mich nur für eine Marke entscheiden müsste, dann wäre es Must-Have. Und dann war klar, dass es Must-Have nicht mehr in Deutschland gibt. Der kam jetzt nochmal zurück, aber auch nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben, der Must-Have, der zurückgekommen ist, waren nur die noch vorhandenen 200-Gramm-Dosen, die umgepackt wurden in 25 Gramm und weiterverkauft wurden. Das war nicht eine neue Bestellung bei Must-Have in Russland. Aber zum Glück hat sich dann eine kleine Petition gebildet und war wirklich die Petition einer der ausschlaggebenden Punkte? Einer der Ausschlaggebenden, ja. Also ich habe Leute, gute Arbeit. Ich muss sagen, wo du das gestartet hast, hast du mich erstmal gehasst, oder? Nein, aber mein Manager, der damals Insta betreut hat, hat mich in einer Stunde angerufen und gesagt, was passiert hier? Warum habe ich, er hat gesagt, ich habe glaube ich um die 200 Nachrichten bekommen. Er hat dir wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, das ist halt, was passiert hier, ich habe ihm dann kurz erklärt, also der Petition war eine natürlich, der Punkt, wo wir... Du meinst natürlich die einzige Ausschlaggebende. Eine der wo wir gesehen haben, dass natürlich die Nachfrage da ist. Natürlich, wir haben auch nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist. Ich muss sagen, zwei Dinge muss ich hier zu dieser Geschichte erwähnen. Die Marke Must Have hat, die Markenrechte hat immer noch der alte Distributor, deswegen kommt es unter Must Have. Aber die Marke Must Have haben wir auch unseren Großhändler auch einen Brief geschickt, beziehungsweise eine Info von unseren Juristen, dass die Marke Must Have ist die Marke ist die also dass die Marke Must Have wird in Europa unter der Marke Must Have verkauft. Also long story short, die Marke Must Have ist noch angemeldet, das heißt, ihr könnt es nicht unter demselben Namen verkaufen, ihr habt einen neuen Namen gemacht, Must Have und darunter könnt ihr es verkaufen. Aber das Wichtige ist, ihr seid jetzt die, die den eigentlichen oder noch den neu produzierten Must Have in Russland nach Deutschland bringen unter dem neuen Namen Must Have. Genau und ich muss dazu noch zweite Sache sagen, das ist ein Projekt, der komplett von Coco Loco Jungs gemanagt wird. Die ja jetzt aber auch bei euch so mit drin sind. und der kommt einfach auch zu uns in die Palette von den Produkten, die wir anbieten. Also wir machen da nicht so wie mit den Blackburn, mit unseren Lokomotiven. Wir bleiben immer noch bei den Blackburn, die wir aktiv vertreiben und stellen auch die Verkaufskanäle, Zahlen etc. Also das muss man betonen. Was noch interessant ist, da kommen neue Flavors, die nicht auf dem deutschen Markt waren. Das wäre die nächste Frage gewesen. Kommt die gleiche Sortenpalette, wie man sie gewohnt war und wenn nicht, kommen neue, andere Sorten? Es kommt einiges, was schon früher da war, aber es kommt auch neue Sachen, zum Beispiel wie Coconut Shake, wie Caribbean Rum. Caribbean Rum freue ich mich, Coconut Shake ist nicht meins, aber ich glaube eine sehr beliebte Sorte. Ich habe mir gerade eben geraucht, ich finde es sehr, sehr lecker, gerade mit Ananas zusammen. Der Blary, den ich hatte, das war zum Testen, ich habe ja das ein oder andere Köpfchen Blary geraucht in der Vergangenheit, eins zu eins derselbe. Kommt auch Tropical Juice, also das ist sehr lecker, also es ist auch einer meiner Favorites, ich habe übrigens auch vorher nicht den Blary probiert, keinen einzigen Kopf geraucht und ich habe ihn jetzt probiert, ich muss sagen ein sehr genialer Flavor, also sehr guter Flavor. Könnte mich reinlegen. Und dann kommen halt ganz natürliche Sachen, also wie Pinkman kommt, natürlich wie Space Lower. Eine traurige Nachricht habe ich gehört. Kiwi Smoothie, Plot Twist, ist nicht TPD-konform. Aber du hast gerade was anderes, Space Flavor? Space Flavor kommt. Der kommt wieder. Ja, also um mal aus der Gerüchteküche zu reden, ich weiß nicht, ob die Infos stimmen, ich kann euch nicht mal mehr sagen, wo ich die her habe, ich kann euch nur sagen, was ich so aufgeschnappt habe. Angeblich wurde damals einfach gesagt, Space Flavor ist nicht konform, dann wurde der rausgenommen, aber das war wohl Fassade, glaube ich. Also wie gesagt, das sind nur Gerüchte, nehmt es nicht für ernst, macht damit was ihr wollt, ich sage nicht, das stimmt, ich sage euch nur, was ich gehört habe. Da wurde gesagt, der ist nicht konform, dann wurde der rausgenommen, damit man praktisch TPD-Haken dran, aber tatsächlich war Space Flavor wohl konform oder ihr habt es ja jetzt auch nochmal testen lassen. Space Flavor ist konform, Kiwi Smoothie nicht. Kiwi Smoothie nicht, nein. Also kommt kein Kiwi Smoothie? Erstmal nicht, wenn die halt natürlich umbauen und wenn die schaffen, ich muss sagen, für Europa sind 45 Flavors angemeldet von von Mast H und ich muss sagen, zum Beispiel, da ist ja noch viel Platz dann in Zukunft. zum Beispiel, wir bringen jetzt neun, aber zum Beispiel die Jungs aus Tschechei, die bringen, glaube ich, 16 Flavors rein und es wird auch leider so geben, dass wir wahrscheinlich nicht das haben werden, was die anderen Märkte haben werden. Bulgarien zum Beispiel bringt jetzt auch Mast H und da wird auch gleich um die 14 oder 16 Flavors geben. Also es ist immer unterschiedlich, natürlich aufgrund der TBD. Ich hätte noch zwei, drei Fragen zu flavorn, wo vielleicht auch die Leute, also einmal kommt Pinkman, das ist ja, glaube ich, so der beliebteste Flavor und dann Ich würde sagen, Kiwi Smoothie, Pinkman, Blurry, damit hast du schon gefühlt 80% abgedeckt, leider Kiwi Smoothie nein. Von denen, die ich aus dem Ausland kenne, fände ich super interessant, Kukunate und Rocketman. Aber Kukunate hat eine Kühle, der wird so wahrscheinlich auch nicht konform sein. Rocketman ist nicht konform. Rocketman ist ja auch Pinkman und Kiwi Smoothie gemischt. Also wenn Kiwis, ne? Wie ist es mit Kukunate? Wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen prüfen, also wir planen natürlich die Erweiterung von Flavors, wir müssen prüfen und ich würde gerne von euch vielleicht, also ich hole von jedem Feedback, was ihr meint. Oh ja, ich mache die Liste ready. Was halt aktuell ist, weil wie gesagt, 45 Flavors sind registriert als Must H und mal schauen halt, wenn ihr uns vielleicht auch Feedbacks geben könnt, was halt gut ankommt. Ja, machen wir mal eine Stream-Umfrage. Wenn es halt eine Konform ist, wenn die halt sagen können, das ist Konform und bringen wir denen. Ich hatte noch zwei Fragen, die wir aber schon geklärt haben, beziehungsweise eigentlich drei. Wie spricht man D-O-Z-A-J aus? Haben wir schon geklärt. Dozai. Wie viel kostet das Tabak zu importieren? Haben wir auch in der Folge abgehakt? Wie funktioniert das mit dem Tabak importieren? Haben wir auch abgehakt. Welche Sorten von Blackburn kommen noch? Haben wir auch abgehakt. Summer Basket und der Famous Apple. Dazu hätte ich vielleicht noch eine Frage gehabt und zwar hat jemand gefragt, ob man, ob alle Sorten, die man auf der Messe testen konnte, überhaupt nach Deutschland kommen werden? Von? Allgemein. Also zum Beispiel, kann ich mich erinnern, bei Dozai hatte ich ein, zwei Sorten probiert, die jetzt noch nicht in Deutschland sind. Brusco hatte, glaube ich, auch ein, zwei ausgestellt. Nein, Brusco war sechs, ganz normal. Also was jetzt ist, aber bei Brusco kommen Richtung Weihnachten vier geile Sorten und da bin ich sehr gespannt. Also ich habe einen geraucht, das ist Bergamot-Tee mit schwarzem Johannesbär. Das war wirklich sehr, sehr lecker. dann kommen solche Sachen wie ganz normale schwarze Johannesbär, also Blackburn und halt zwei noch Flavors, die wir halt schon abgehakt sind, die sind schon fix. Dozai ist es so, erst mal zwei, ich kann auch sagen, dass höchstwahrscheinlich auch Richtung Weiten noch zwei kommen. Bei Blackburn kann ich, könnt ihr euch jetzt schon freuen, bei Blackburn sind acht Flavors geplant. Und nur zwei habt ihr angekündigt oder es sind nochmal acht oben drauf? Diese zwei kommen schon in diese acht. Also noch sechs weitere. Und die werden immer, denke ich, so monatlich annonciert. Das ist ein guter Plan. Ja, also das wäre sinnlos, einfach so acht rauszuhauen. Und die könnt ihr euch freuen, da sind einige Sachen dabei. Ich verrate vielleicht einen, der für mich persönlich, also ich freue mich am meisten, das ist die Eis, also Eisberg von Blackburn. Der in Konform. Konform. Also zu dieser Eisgeschichte, Konform mit Geschichte, das ist ganz einfach zu erklären. Es gibt in der EU ein Hersteller mit einem einzigen Aroma, der konform ist für Kühle. Okay. Und die hat der das geschafft? Und die benutzen jeder, glaube ich, von den Herstellern benutzt diese Aroma. Also jeder, der Kühle drin hat, geht zu benutzt, das ist der einzigste konforme Eis auf dem Markt. Ah, das ist auch das, was so ganz leicht im neuen Apfel drin ist, richtig? Ja, ganz genau. Wild. Wild. Ich habe noch eine sehr interessante Frage zum Abschluss, ansonsten war viel, was wir jetzt eh, nee, zwei, ich habe noch zwei wichtige Fragen. Die erste Frage, nicht die, mit der ich eben abschließen wollte, zwei Komponenten System. Ist da irgendwas in Planung? Haben die russischen Hersteller das auf dem Schirm? Ich habe übrigens auf Hintertabak ein Gespräch mit Blackburn diesbezüglich, habe denen auch angedeutet, dass es halt so jetzt Trend wird, wahrscheinlich in Deutschland. Die sagen folgendes, das ist eins zu eins, was die mir gesagt haben. Das ist für Blackburn das absolute Notlösung, wenn das wirklich hier die Situation sein soll, dass es halt so Aromen verboten ist, etc. oder sonst noch was, aber ist nicht in Planung und der Grundgedanken daran ist, die können für Qualität nicht haften. Das ist glaube ich auch was, was viele nicht verstehen. Warum gibt es kein Darkblend auf zwei Komponenten Lösungen? Weil der Herstellungsprozess von Darkblend viel, viel komplexer ist als von einem Virginia. Bei Virginia nimmst du eine Handvoll Zutaten, also du kannst die Zutaten wirklich an einer Hand abzählen. Das ist Tabak, das ist Glycerin, das ist Invert-Zucker, das sind Aromen und vielleicht manchmal noch ein bisschen Honig oder noch was anderes. Mal mischen die das kalt an, mal mischen die das warm an, in unterschiedlichen Schritten mit unterschiedlichem Grundtabak, aber im Grunde schmeißt du diese fünf Zutaten in den Topf, rüst ein bisschen um, lässt das ein paar Monate stehen, tada, du hast einen Virginia. Bei Darkblend ist das ganz, ganz anders. Also der Herstellungsprozess ist viel komplexer, der Tabak wird teilweise gekocht, vielleicht kannst du uns da noch mal sagen, gekocht, in einzelnen Schritten werden verschiedene Komponenten zusammengemischt. Man sieht das ja schon an der Beschaffenheit, dass jetzt ein Blackburn oder vor allem ein Must-Have was ganz, ganz anderes ist. Also Grundgedanke daran ist, man kocht es zu bestimmter Temperatur, damit machen sich die Poren von den Blatten auf und dann fügt man bestimmte Zutaten. Und das ist auch natürlich die Gedanke, warum halt deutsche Hersteller vielleicht nicht so viel machen können, weil bis die darauf kommen, bis die enorm viel versuchen, probieren, das zu machen, dauert es vielleicht, aber wie gesagt, ich bin hundertprozentig sicher, irgendwann kriegen die das hin. und wie gesagt, also man kocht das zu bestimmter Temperatur bei Börleblatt, die Poren machen sich auf, dann fügt man eine Aroma, danach lässt man stehen, dann fügt man zweite Aroma, dann mischt man, dann lässt man das stehen, bei bestimmter Temperatur, dann kühlt sich und dann erstmal probiert man. Also viel stressiger als ein Virginia-Tabak auf jeden Fall. Und das heißt, die Blackburn-Leute sagen, wir können nicht dasselbe Produkt machen, dementsprechend wollen sie es nicht, außer es würde nichts anderes mehr funktionieren. Genau, also das ist absolut not lösend. Okay, und die letzte Frage, die ich sehr schön als Abschluss finde, ist vielleicht, also es wurde gefragt, wo siehst du dich mit deiner Firma, mit eurer Firma in fünf Jahren? Wenn die Firma jetzt zwei Jahre alt ist, ist es fünf Jahre vielleicht ein bisschen viel, aber was ist so, was ist dein Ziel, deine Motivation, wo wollt ihr hin? Gute Frage. Also wir haben bestimmte Ziele, was natürlich, was in jeder Firma budgetmäßig, wo wollen wir hin? Ich will, wenn wir halt so abstrakt denken und groß denken, ich will, und das versuche ich jetzt an euch auch oder an unseren Masters oder an die Leute, mit denen wir arbeiten, zu bringen, ich will diese Kultur hier schaffen. Ja. Ich will in einen Bar reingehen und dass ein Master kommt zu mir und sagt, welche Stärke wollt ihr rauchen? Was wollt ihr rauchen? Ich will diese Kultur, diese Shisha-Kultur, was jetzt mittlerweile hier am Boden ist, sag mal so, in dem Sinne, dass man denkt immer, ja, im Shisha-Bar treffen sich nur Kriminelle oder was weiß ich wer. Ich will diese Kultur nach oben bringen. Ich will, dass wir, dass es wird viel mehr Dark Blend natürlich geraucht. Ich freue mich enorm, dass Tangers reinkommt, dass Hyde reinkommt, dass von mir aus auch Element reinkommt. Je mehr wir Leute haben hier, die sich mit dieser Dark Blend-Thematik befassen, desto mehr haben wir gesunde Konkurrenz. Also, ich rede sehr viel mit unseren Kunden, mit Großhändlern und man sagt immer, ja, hier ist der Markt so, dass man will nur die Stöcke in die Füße reinstellen, dass man versucht, immer Probleme zu machen. Die Jungs in Russland haben natürlich das auch, aber bei denen ist es, sag mal so, gesunderer Konkurrenzkampf geworden. Also nicht so ein dreckiger Fight. Ja, genau. Die faszinieren die Leute mit verschiedenen Geschmacken, verschiedene Tabakblätter. Ich meine, Zigarrenblatt, das, das und jetzt. Die wollen die Leute auf noch ein höheres Niveau bringen. Bei uns ist es hier ein bisschen anders. Ich meine, ausgenommen, dass wir halt eh noch ein Nischenprodukt sind, Dark Blend. Würdest du sagen, auf die Größe von Russland gerechnet, ist in Russland Shisha mehr oder weniger Nische? Schwierige Frage. In Russland haben sie auch natürlich ein sehr großes Problem. Shisha-Leute haben ein sehr großes Problem mit E-Tigaretten und mit diesem Bereich. Das hat auch, wie in jedem anderen Land, dieser Markt hat sich einfach so vergrößert. Und natürlich ist es halt Konkurrenz für die. Und die finden das nicht gut. Also wenn jemand das Geschäft schrumpft, würde das niemandem gefallen. Weil das hat natürlich mit Shisha nichts zu tun. Also für mich ist es so, wenn ich unterwegs bin und keine Pfeife bekomme, dann ist das ein Nikotin-Ersatz, aber kein Genuss-Ersatz. Ja. Aber natürlich Russland ist sehr stark rauchendes Land. Und natürlich da findet man auch sehr viele Zigaretten, Zigarren, E-Zigaretten und natürlich auch Shisha. Aber würdest du sagen, auf die Bevölkerung von Russland gerechnet, also auf, sagen wir mal, auf tausend Bewohner runtergerechnet, glaubst du, in Russland rauchen mehr Leute Shisha oder weniger Leute Shisha als in Deutschland? Viel mehr Leute Shisha. Viel mehr? Viel mehr. Okay. Also was ich auch jetzt war der Marik von Cosmo war auch auf der Intertabung. Ich habe auch mit seiner Frau sehr viel drüber geredet. Die Frau war früher Shisha Master in einer Shisha-Bar. und die sagt... Marik ist übrigens der Mann hinter Cosmobolt. Ja. Der sagt zum Beispiel, also die sagt zum Beispiel, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel zum Beispiel Frauen rauchen Shisha in Russland. Das ist eine einfach eine viel, viel mehr Anzahl an Mädels, die rauchen. Bei uns ist es so, ich weiß nicht, ich gehe so in Shisha-Bas hauptsächlich... Ich würde sagen, in Deutschland Shisha-Rauchen gefühlt 80% und 10% von den Frauen wahrscheinlich nur, weil der Freund Pfeife raucht. Genau, so ungefähr. Und ich meine, das ist einfach eine andere Kultur. Ich meine, das war übrigens meine Frage, auch, wenn wir schon drüber reden. Ja, dann kommen wir noch zu deinen Fragen. Also, im Großen und Ganzen, wenn ich so ein Fazit drehe, Kultur, von Rauchen soll auf eines Divo gebracht werden. Wir versuchen, das zu machen. Bezüglich Produkten, ich denke nicht, dass unsere Palette sich enorm ausbreitet. Also, ich denke, wir bleiben bei diesen Produkten. Wenn natürlich jetzt nicht jemand kommt und sagt, was weiß ich, ich kann das und das und das machen und wir steigen damit ein. Aber ich denke, eh nicht. Okay, also ihr habt kein Interesse eure Produktpalette jetzt enorm zu steigen. Nein, nein. Aber ein Wunsch von dir wäre, die Shisha-Kultur in Deutschland auf ein besseres Level zu heben. Genau. Mein persönlicher zum Beispiel Traum Anführungszeichen Ziel ist, ich will einfach unglaublich. Das ist einfach für mich, wenn das passiert, das wäre für mich einfach den Level, wo ich sage, ich habe das erreicht und für mich ist ein Festival. Oh ja, in Russland zum Beispiel John Caliano Festival. Ich will natürlich nicht irgendwie eine Shisha-Messe oder Konkurrenz zur Shisha-Messe sein, wo man sich erstellt. Ich will dieses Festival so wie John Caliano. Ja, let's go. Das New Festival 2024, 2025. Ich muss sagen, ich habe sogar die ganzen Preise schon, ich kann es schon nachrechnen und ich bin sehr aktiv in Blackburn im Gespräch. ich will auf jeden Fall, dass irgendwann mal Blackburn X, was weiß ich was, Summer Festival, aber in solche Dimensionen, nicht in irgendwelche Events bei einem Großhändler oder so, aber so richtig groß mit was weiß ich, zwei, dreitausend Leute, wo ich halt Rapper einlade, wo ich halt richtig groß wird, weil, wie gesagt, die Jungs waren jetzt wieder bei Joe Caliano fest, ich meine, das ist einfach eine andere Dimension, verstehst du, was ich meine? Und das ist zum Beispiel mein persönlicher Hitze, wo ich mich gesetzt habe, nach einigen Jahren so willig, dass es passiert. Meine Frage an euch. Erstmal, ich muss sagen, sehr schöne Vision. Dankeschön. Also ich hoffe, das wird genau so alles passieren und ich glaube, da sind Alex und ich auf jeden Fall mit an Bord. 100%. Meine Frage an euch ist genau die gleiche. Wie schätzt ihr jetzt zur Zeit den Stand der Dinge, was Shisha angeht in Deutschland? Willst du anfangen? Ja, kann ich. Und zwar, ich finde es sehr, sehr schwer, glaube ich, weil dieser Kulturunterschied einfach extrem krass ist zwischen jetzt, nehmen wir es einfach mal Russland und Deutschland, weil in Deutschland einfach dieses Virginia-Tabak Kamin-Setup sehr, sehr verbreitet und sehr etabliert ist und in Russland einfach schon man viel weiter ist als hier in Deutschland. Und ich denke, es braucht einfach Zeit, auch hier, dass man die Leute auf ein gewisses Level hebt und da ranführt, um so auch Darkplant oder Mählochkopf mit HMD und so weiter rauchen zu können. Und ich denke mal, da sind wir gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, natürlich auch dadurch, dass so jemand wie du sagt, okay, ich hole einfach sechs verschiedene Sorten an Tabak oder sechs verschiedene Brands mit unterschiedlichen Stärken, um die Leute besser ranführen zu können. Und ich denke einfach, das ist jetzt peu à peu vielleicht auch, wenn die Bars mitziehen, würde ich auf jeden Fall schätzen. So Nomera zum Beispiel hat man ja auch eine sehr schöne Entwicklung gesehen von Solaris mit Virginia über Funnel mit Darkplanten und jetzt fast ausschließlich nur noch Mählochköpfe mit HMD und Darkplant-Mischungen ist ja eigentlich eine super Entwicklung. Funnel kannst du genauso gut rauchen. Bitte? Funnel kannst du genauso rauchen. Ja klar, aber von der Grundentwicklung her einfach und ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg, wird aber auf jeden Fall noch eine Zeit dauern und da sehe ich als einzigen Punkt, der dazwischen reinkrätschen könnte, sage ich mal, die deutsche Politik, inwieweit sie das ganze Thema noch weiter verschärfen oder einschränken wollen. Meintest du den Vergleich Deutschland-Russland oder meintest du einfach Situationsaufnahme Deutschland jetzt? Also ich denke eher Situationsaufnahme im Vergleich zu allen anderen Ländern zum Beispiel. Also nicht Entwicklung Deutschland, sondern schon Vergleich. Vergleich. Okay. Ja, dann bin ich sehr nah beim Alex dran. Also einen großen Vorteil, den ich sehe in Deutschland ist, wir haben das nicht politisch Vorbild Russland, was die Shisha-Kultur angeht. Das heißt, alle Steps, die Russland machen musste, mussten sie als Erster machen, weil es es noch nicht gab. Wir haben jetzt die einfache Position, dass wir nach Russland gucken können und praktisch wissen, wie unsere Zukunft aussehen kann, wenn wir ungefähr dieselben Schritte gehen. Und ich denke, sowohl der Alex als auch ich sind da stark mit dabei. Bestes Beispiel bei mir, der HMD-Guide. Ich habe ein einstündiges Video, wie man mit einem HMD raucht. Das hat mittlerweile fast 300.000 Aufrufe. Das heißt, 300 Leute wollten wissen, wie gehe ich mit diesem Smokebox-Ding um. Am Ende des Tages ist das eine einfache Alu- oder Edelstahlschale. Aber das Handling davon, und da ist ja alles drin, von Abstandsetup, Vollkontakt, Reinigung, Hitzemanagement, wie Kohle, ist ja alles drin. 300.000 Leute. Und ich glaube, genau das sind zumindest die Stellschrauben, wo wir dann dran mitschrauben können. Dann gibt es noch deine Schraube. Du musst uns praktisch das Ausgangsprodukt erstmal geben, womit wir dann arbeiten können. Aber ansonsten bin ich da bei Alex. Ich denke, das braucht ein bisschen Zeit. Wir haben den Vorteil, wir können einfach nach Russland gucken. Und dann ist noch die Frage, wie viele wollen den Weg mitgehen? Und da sagen, also 300.000 Aufrufe spricht ja denke ich auch für sich. Also wenn man mal überlegt, ist die Shisha-Szene nur 300.000 Leute groß in Deutschland? Also ich habe die Frage gestellt aus dem einfachen Grund, ich habe eine Forschung gesehen, wo gezeigt wurde, dass Steigerung von, also die Umwandlung zwischen von Virginia auf Darkblend ist 25%. Also 25% mehr, jetzt Leute steigen von Virginia auf Darkblend. Im Vergleich zu was 25% mehr? Als letztes Jahr? Als letztes Jahr. Okay. Überall in Europa wurde das geforscht. Jetzt ist die Frage, meinst du es ist so? Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also ich denke mal gibt es einfach zwei verschiedene Faktoren. Der eine Faktor ist einfach, das Angebot ist da. Ich meine, wenn du überlegst, wie viele Darkblend gab es vor 1, 2 oder 3 Jahren in Deutschland, wie viele Darkblend gibt es mittlerweile in Deutschland? Du musst ja nur drei Jahre zurückgehen und dann kam gerade Darkside. Ja, genau. Und dann wäre halt einfach nur noch der Punkt, ich denke mal, jeder Einstieg ins Shisha, ins Shisha-Rauchen ist in Deutschland einfach der klassische Virginia, den du in einer Shisha-Bar bekommst. Also lass dich jetzt zum Beispiel ein F&M Green, Love 66 oder sonst irgendwas sein. Und umso mehr du dich mit dem Thema auseinandersetzt, umso eher kommst du natürlich immer drauf, es gibt noch was anderes als Virginia-Tabak. Es gibt noch sowas wie Darkblend, das verhält sich anders, das schmeckt anders. Weißt du, was glaube ich noch eine sehr wichtige Stellschraube in Deutschland sein wird? Die Bars. Ja. Weil in Russland, mit Blackburn, die Black Academy, du hast wirklich Online-Kurse, wo am Ende des Tages, also für Hooker Master in einer Bar, wo du am Ende des Tages ein Zertifikat hast, das sagt, der Mann, oder die Frau, oder divers, wie auch immer, diese Person kennt sich mit Tabak aus, die kann als Hooker Master in einer Bar arbeiten. Und wie viele Bars in Deutschland gibt es, wo du, bestes Beispiel, ich bin in eine Bar, wo Freunde von mir gerne hingehen und ich frage, habt ihr Dark Blend? Und er sagt, Dark Black haben wir nicht. Weißt du, also wenn du, das ist wie wenn du zu einem Arzt gehst und sagst, ich habe eine Krippe, was kann ich machen? Dann sagt er, Krippe, was ist das? Das ist ja genau das Thema, was ich gerade eben schon bei der ersten Frage angeschnitten habe. Es hängt sehr, sehr viel an Bars, denke ich einfach, weil da kommen die meisten Menschen überhaupt erst mal in Kontakt mit Shisha. Ich würde auch sagen, dass der Mainstream hin zum Shisha-Rauchen wirklich durch Bars stattfindet. Also ich kann euch sagen, also wir haben Kooperationenprogramm jetzt, also Blackburn X Lounge und das sind neun Bars. Neun Bars? Die da, die da, die sowas eingehen. Stell dir mal vor, ich kann dir aber auch wiederum... Neun Bars, das ist ungefähr ein Prozent von dem, was es in Frankfurt an Shisha-Bars gibt. Frankfurt allein. Und ich kann dir ein anderes Beispiel sagen, ich war in einem Stadt, wo an einer Straße war, ich weiß nicht, wie viel 30 Bars. Ich komme da rein, ich habe Geschäftstreffen dort, haben wir gerettet, dann habe ich halt den Barschef geholt und habe gesagt, du, wie, was meinst du, du hast hier ein Sortiment von Virginia, der hat kein Darbrand, überhaupt keinen. Und dann sage ich zu ihm, ich habe gebaut, und ich glaube, sogar einen Ton und Kaminkoffer, der hat normal performt, also nicht so, wie es sein soll, aber es hat performt. Er sagt, ja, das ist gut, also kann ich mir vorstellen. Dann frage ich zu ihm, kannst du dir vorstellen, sowas anzubieten? Er sagt, nein. Er sagt, ja, warum? Er sagt, ja, aber warum muss ich? Ich habe hier Nachfrage nur nach Love 66. Aber das ist ein Druckschluss. Nur weil er in seiner Bar nichts davon hört, dass das niemand will, heißt nicht, dass das niemand will, weil wenn ich in einem Stream die Leute frage, geht ihr in Shisha-Bars, sagen, maybe die Leute, die sowas ähnliches wie ein Umera in der Nähe haben, klar, super gerne, und dann 95% der Leute sagen, auf gar keinen Fall, Digga, warum soll ich in eine Bar gehen, 15 Euro bezahlen, dass ich irgendeinen Virginia bekomme, den ich nicht rauchen möchte, in einem Setup, was ich nicht rauchen möchte, auf einer Pfeife, die 10 Jahre alt ist. Wenn das Bars anbieten und sich auch ihre Kundschaft in gewisser Art und Weise darauf erziehen, wenn du heute mal ins Umera guckst, da sitzt keiner mehr mit einem Batscher. Da haben Leute am Anfang auch gefragt, wo ist denn hier Kamin? Und dann sagt der Image, trust me, probiere einmal so, ich baue dir das super leicht und dann probieren die das und die gucken nicht mehr zurück. Im Umera ist das Standard-Setup, da haben mittlerweile viele Köpfe, aber eine gewisse Zeit lang war es dann Solaris und HMD. Ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial. Ultra viel. Ultra viel. Also ich war auch eine Zeit lang auch in Shops unterwegs und viele Shops-Verkäufer, die im Shop tatsächlich verkaufen, brauchen auch Schulung. Ja. Reden wir nicht über die Masters. Also ich war auch, ich habe ja auch erlebt. Es gibt in Deutschland maybe 10, 20 Leute in Shisha-Bars, die man actually als Hooker-Master bezeichnen könnte und die meisten sind irgendeine Person, die halt da gerade mal Köpfe bauen kann. Deswegen macht ihr das. Genau. Und da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial und sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Auf jeden Fall. Was wir halt besser machen können. Aber ich hoffe, diese Projekte, die wir demnächst starten können, auch mit Blackburn, dass es auch hilft, dieses Niveau zu heben. Auf einmal. Ja, ansonsten, danke für die ehrliche Antwort. Gerne. Und Eugen, danke dir für den Weg, dass du extra stundenlang hergefahren bist, um mit uns einen Podcast aufzunehmen. Ich denke, das ist eine mit Abstand der interessantesten Podcast-Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Es hat mich auch sehr gefreut, auf jeden Fall. Gleichfalls. Leute, lasst uns gerne ein paar Kommentare da. Eine Bewertung. Sagt uns Bescheid, wie ihr es fandet. Gerne eine Bewertung da lassen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Alles klar. Ciao.